so so nice satisfying as fuck let's go oh hell, bounty mode and difficulty instant bounty mode a cart full of gunpowder once again Cooper has lost his duel against Frank then, as now, others must pay the price for his failure is there any hope left? damn I wonder why in some missions there isn't a longer flavor text and in some not it's always a wonderful overriding for the time well too bad kid looks like you two ain't going home today hm 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 he's just a kid, Frank you wanna tell me what to do? no didn't think so hm throw him down the canyon when you're done boy what's your name amigo? oh damn, is that Hector? hm 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 Ich hm 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 Ich werde die ganze Zeit schon deine Stimme erkennen können. Nice. Das war's. Ich werde jemanden töten. Wir halten es zusammen. Wir warten bis zum nächsten Mal. Ich sage, das Plan von deinem ist ziemlich wild. Ich habe keine besseren Suggestionen von dir gehört. Was für die Dynamite? Ich habe das Improvisiert. Was bedeutet das, was das? Ich werde es erklären in einem Moment. Ich werde es sicher sein. Kannst du über die Plan noch einmal? Jesus Christus. Fine. Dann, erst we fetch our belongings. Next, I'll crack the lock on that gate so we can get out. Once we're out, we'll get the dynamite. Ah, right. It's in that minecart. And it's not really dynamite. What are you talking about? I couldn't get dynamite, so I filled the minecart with gunpowder. You're telling me we have to drag a minecart all the way to the gate? Hey, it's easy. We just light it up and boom. This is why I don't work with amateurs. Let's not forget about Kate and Cooper. Right. They put them together in those cages. You sure you want to help out that jackass? I'm not gonna leave Cooper behind. I don't care either way. Alright ladies, break time. Best make sure you freshen up for the next shift. This looks like a insanely cool mission and also a very long mission. Uh. McCoy had before on the start. Enough. We'll leave LA. How are you looking for проп explained before we go? Like. We gotta go ahead, we can go ahead and watch this map on the spot. Okay, how did we just leave this robot? You can go ahead and pull the brain away. We can make everything in the rightaciaire. We can come in again and go ahead. I can still bring back home in the inn when I go to the whole project. sollen. Was haben wir denn hier? Wir können erstmal so machen, damit wir alle Dudes sehen. Die beiden Homies hier. Ist eigentlich eine Zeitbeschränkung, was die Breakdown-Mine gibt? Anscheinend nicht. Aufgaben. Oh damn. Recover your gear. Dogs' gear, Hector's gear, Isabelle's gear. Gut, dass das alles separate Aufgaben sind. Free the others and blow up the main gate mit der Minecart. Haben wir hier irgendwelche Environmental Geschichten? Das sieht nicht so aus. Also wir haben Katze, wir haben Chloroform und wir haben Pfeifen trotzdem. Okay. Also zwei CC-Abilities. Haben wir alle drei Hehl-Abilities? Ja, tatsächlich. Und ansonsten halt zuschlagen. Wir können hier hoch und dann dahin. Damit würden wir diesen Longcoat hier evoiden. und könnten hier auch lang wandern, ohne dass der das sieht. Mit Longcoat meine ich Porncho, by the way. Denn hier runter ist wahrscheinlich der Weg to go. Sorry, ich bin da so wilde Kamera gewackelt. Hier so durch. Also gefühlt müssen wir diese Leute hier gar nicht killen. Jetzt bin ich hier nicht auch in der Safe Zone? Ja, weil ich bin ja jetzt hier ein Gefangener. Ab wo ist man denn nicht mehr in der Safe Zone? Da. Na gut. Na dann gehen wir ja auch mal lang. Interessiert denen das? Nö. Äh, gucken wir mal. Eigentlich theoretisch müssen wir jetzt einfach hoch. Ja, dann können. Oh! Hö! Hoch da bitte. Hallo. Achso, ja, stimmt. Die beiden können ja nicht klettern. Die beiden Kacken. Äh. Stimmt, stimmt, stimmt. Doch nicht ganz so easy. Okay. Dann runter her. Wo ist ihr Stuff? Äh, da. Pauncho Guy. Also bis hierhin könnten wir gehen. Die Leiter ist nicht mehr in Range. Hat der von irgendjemand anderem gesehen? Oder ist das der, der rummarschiert? Nö. Von Imi? Nö. Und hat sie ihn gerade verprügelt? Was war er für ein Pimp-Cain? Oh mein Gott, das dauert ja Ewigkeiten. Das hat ja ewig gedauert. What the fuck? Äh, gut. Oh fuck, jetzt gut. Ich dachte, ich war schnell genug, aber es war zu schnell. Und selbstverständlich habe ich nicht gespeichert, denn das ist nur was für Professional Guys. Wie laut ist das? Okay, oh, was? Dann muss er gegangen sein. Eieiei. So, jetzt aber es heben. Bizarre. Und die rechte Tüle. Wenn der jetzt auf der Suche ist, fahren wir ihm die Katze rein. Hey, wo ist mein Partner? Hä? Wird der erste logische Move sein, dass er einfach mal in diesem Zelt da guckt? Jetzt kommt mal hierher. Oh, ist gut. Hier, geht Kettetong. Äh, what? Achso, weil der im Alarm-Boot ist, interessiert ihn das nicht. Ja, komm, dann mach mal was so. Ich weiß gar nicht, ob sich die Poncho Guys von der Katze beeindrucken lassen. Oder ob die dann sagen, hau mal ab hier, Kitty-Kat, wir testen uns mal. Okay, so sehen wir. Sie sind ein bisschen abgelenkt. Äh, aber der guckt nur hier drinnen rum wahrscheinlich, ne? Ja. Ich hab das Gefühl, dass ich die anderen noch reinholen muss. Weil ich weiß nicht, wie ich die beiden hier mit ihr alleine killen soll. Also ihn kann ich noch kaputt hauen. Kann er was so verprügeln. Hat er auch so eine sicke Hype-Platze? Hahaha, nice. Nice Platte. Boom. So, jetzt haben wir die beiden hier. Frag mich, ob ich die... Kann ich hier außen rum... Eventuell kann ich sie mit der Katze ablenken. Wollen wir denn hier so... Don't mind me mäßig meine Sachen snacken. Oh, damn. Ich hab mich, ob die beide von der Katze abgelenkt werden. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich mag das. Oh, da wir sind. Ein paar Minutes sind noch frisch. Nice. Mh... Machen wir jetzt direkt den... Den Moo. Dass wir jemanden kontrollieren. Let's see, was wir tun können. Denk ich können wir erst mal... So, und so machen. Und dann aber direkt den Eier abstützen. So. Mit der hier oben gesehen? Nee. Mal direkt mal so. Damit der da direkt weg aus dem Weg ist... ...und nicht rumnervt. Äh, schlitze ich jetzt einfach den auf oder nehmen wir den noch irgendwie anders... ...special mit. Aber ich könnte den hier kontrollieren. Aber wir haben halt wieder nur... ...drei mal diesen Move... ...und ich gehe davon aus, dass das hier deutlich wichtiger ist. Deswegen benutze ich ihn das ja jetzt mal noch nicht. Weil ich glaube, hier kommen wir auch ohne das durch. Können wir jetzt nämlich einfach so machen. Beziehungsweise... Ja, doch. Äh... Ja, doch. Stöck, bestöck. So. 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 Jetzt haben wir die beiden hier. Oh, das. So. Warte mal. Jetzt ist die Frage, okay, der sieht da durch. Kann ich die Katze von hier oben nach außen hinscheuchen? Hier, hier. Ist wahrscheinlich kein guter Timing, weil der jetzt am Gucken ist. Ja, 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 müssen wir nochmal machen. Müssen abwarten, dass der weggemarschiert ist, aber in der Zeit müsste das eigentlich trotzdem nicht funktionieren. Bin ich jetzt hier eigentlich safe, oder sind die jetzt hier böse mit mir? Ja, okay, weil ich schon meine Klamotten anhabe. Okay. So, dann warten wir jetzt diesen Kollegen hier ab. Der wird jetzt gleich auf die Suche gehen. Okay. Oh, nicht gut. Wo ist mein Partner? Komm mal hier runter. Maybe they did. Na gut. Ich will die jetzt mal hier ins Dach holen. Ja, ich bin bereit. Let's go. So. So. Bianca. They sure missed your girl. Looks like all is in order. What about Cooper and Kate's belongings? In my bag. Oh, okay, alles dabei. Nice. So, get the mine card. Jetzt können wir jetzt die Map angucken. Sieht gut aus. Sieht gut aus. I like it. Wer hat hier gerade schwer gefurzt? Warum hat der gelacht? Äh, so. Jetzt können wir uns mal die Map hier anschauen. Hier ist Munition. Wie voll sind wir? 0 von 5 und 0 von 4. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall Munition. Oh, da müssen wir auch noch Weichen stellen. What the hell? Okay, okay. Hier oben war... Nee, wo sind die? Ist das ein Environmental Kill? Jawohl. Nice. Äh, ja. Oh mein Gott, das hört ja gar nicht mal auf. Oh, Jesus Christ. Boah, Alter, ich muss mal da raussuchen können. Das ist ja insane. Was ist das für eine riesige Map? Ist das ein Homie hier? Alter, das ist ja krass. Okay. Ungefähr 80 Ebenen auch am Start. Digger, okay, okay, okay. Kann man hier eigentlich irgendwie rein? Nee. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, man die hier irgendwie, die Friendlies hier befreien kann. Alter, die Map ist so groß, dass ich mir gar nicht merken kann, was wir machen sollen. Also hier ist aber mit der Minecart hinzufahren. Das wissen wir auf jeden Fall. Bing, bang, bung machen. Alter, hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. Hier kann man auch wieder Stuff runterfallen lassen. Hier ist alles connected mit diesen Löchern, das ist cool. Hier können wir Sachen fallen lassen, damit der da erschlagen wird. Hier können wir was fallen lassen. Digga. Yo. Okay, alles klar, wir sitzen heute bis zum 4 hier alles. Wie sieht es wohl so aus? Krass. Das wäre eine monströse Map. Womit ist das connected? Mit dem Loch da unten. Ist noch Stuff drauf. Vor allem, wenn wir mit dem Minecart hier halt rumfahren, dann müssen wir ja die ganzen Leute killen. Da haben wir ja kaum andere Optionen. Also wir haben einen Weg rechts rum. Dann stellen wir hier das um. Geht hier ab. Steht einfach nur am Weg. Aber die steht schon richtig, oder nicht? Ja. Wird nicht so aus, wenn man damit interagieren könnte. Der leuchtet nicht. So, wir gehen hier rechts rum. Hier können wir nichts mit weitermachen. Hier können wir wieder einen von diesem Zeug umklatschen lassen. Wahrscheinlich wird Kate hier keine Disguise haben. Dazu können wir versuchen, ihr durch die Gegend zu marschieren und diese ganzen Sachen auszulösen. Äh. Jesus. So eine krasse Map. Okay, okay, okay. Und alternativ, der Weg links rum. Und dann habe ich hier einmal so einen kompletten Wasserweg. Okay. Sehr viel Sniper-Munition hier. Okay. Okay. Jetzt smashen wir ihn hier mit. Gucken, wann hier jemand steht. Hier laufen die Wege dann wieder zusammen. Warum ist hier so ein Tor? Das kommt denn hier alles zusammen. Also das erste große Gebiet ist dieser ganze Teil hier. Hier kommt dann der nächste größere Abschnitt. Wo wir hier oben die beiden in den Gefängnissen haben. Und hier rechts ist dann auch schon relativ schnell der Ausgang. Und dann fahren wir hier runter. Ist das überhaupt heil hier? Sieht nicht so richtig heil aus, um ehrlich zu sein. Was geht denn hier ab? Wo geht es denn hier hin? Was ist das? Hm. Ist das so eine Art, du hast verloren? Du Idiot, warum fährst du da rein? Okay. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass man diese Civilians hier befreit. Oder diese Friendlies. Aber ich habe das Gefühl, das ist damit verbunden, dass man einfach jeden, der hier ist, killt. Und dann sitzen wir hier wirklich bis mitten in den nächsten Tag. Und wir sind noch nicht mal aus dem ersten Teil hier raus. Oh, der hat mir jetzt Sachen zu erzählen. Das können wir jetzt gar nicht mehr hören, ob wir da gar nicht mehr hingehen können. Äh. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich mir das komplett anhören soll, wenn der hier rumwandert. Ja, wahrscheinlich müssen wir ihn erst mal killen. Ich hatte genug von diesem Ort. Was ist der Plan? Das hier, Amigo. Bianca ist bereit. Was? Hä? Komm, Amigo. Warte mal einen Moment. Oh mein Gott, was mache ich hier? Hä? Ha, 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 ha. Ist hier noch was zum Verstecken? Nee, okay, wir müssen wieder... So, so. Guckt er soweit? Ja, guckt er. Wir müssen ihn hier komplett rumlocken. So. Wir haben auch noch die Tasche von Doc jetzt wieder am Start. Weiß nicht, dass er instantan wieder umdreht. Wδα ich auch noch nicht. So. Kannst du da nicht runterspringen, Bruder? Okay, ich dachte, er könnte runterspringen, wollte von oben aber den sicken Kill machen. Kann der nicht da runter? Nee, okay, müssen wir es anders machen. Dass der Insel wieder umdreht, das muss man sich wirklich bedenken. Ja gut, das kriegen wir aber trotzdem hin, dann machen wir den Kill halt mit Isabel. Beziehungsweise wir warten auch noch, wir killen erstmal nochmal den hier und dann können wir uns die Konversation hier nochmal komplett anhören. Wir müssen das Gipfeife direkt starten. Ich komme rein. Ja? 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 Typ,Zeit muss mal die Künstler historical passen finden. Äh? Äh, was? Warum? Was zur Hölle sei. Warum steht der jetzt auf einmal auf? Hat der nicht gespeichert? Äh, okay, anscheinend sind die irgendwann fertig mit Reden. Gut zu wissen. So. Wie machen wir das denn? Wir saveen das mal. Ich denke, wir haben überhaupt mehr zu erziehen. Es ist ganz gleich. Gut. Warum muss der hier eigentlich arbeiten, dieser Berg? Arbeiten hier nicht nur die Sklaven, Leute? Die Gefangenen? Wir nutzen einfach bis zur endlosen Vergasung diesen Move hier. Wir sehen einfach alles hier. So. Du kannst mal ihn hier abstechen. Und verpacken. Du kannst den auch mal einsammeln. Dann kannst du das hier schon mal kracken. Genau. So. und weil sie es so gehört um die alle hier in den busch der 80 leichen hier bekommen jetzt auch mal munition irgendjemand ist sie schon wieder am furzen steht einfach mitten im raum das hat macht ist sie schon fertig voll ausgestattet was merken die sich hier lecker suppe habe nicht mal einen weg um diese fertig auszulösen gut die beiden hier diesen patrouillierenden homie und den hier ob der hier ein nein guckt der darüber ja oder marschiert sogar schild eine kurze zeit da setzt sich dahin okay das wäre ein zeitraum in dem wir hier dickes genatze machen könnten immer schon mal mit allen hier in diesen busch rein wo man dahinter durch die blasen in diesem game ungesund zu werden die beiden hier ich kann mich hier in diesen busch reinsteigen ich könnte einen davon connecten mit irgendeinem anderen der herum marschiert zum beispiel auch dem hier weil der am wenigsten angreifbar erscheint und oder eventuell mit dem hier weil der geht ja hier in den busch wenn der im bus geht und der terror macht dann surprise geht der hier genau durch den busch das wäre geil wenn er da bleibt davor stehen und er geht nicht durch den busch okay also er müsste bis hier irgendwo sein naja okay die sind nicht gleichzeitig der ist nicht gleichzeitig hier hinten und der hier vorne außerdem haben wir ihn jetzt hier am start wir müssen das davon abhängig machen wo der ist so jetzt wäre es möglich eventuell connecten wir eher die beiden hier so 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 richtiger ort dafür ist jemanden hinzustellen also nur um die weg zu schleppen jetzt zum beispiel ihn zu killen wäre eine möglichkeit jetzt können wir theoretisch einfach die kiste hinschmeißen die tasche in diesem moment jetzt dann kommt er hier marschiert dann killen wir mit hector den dude und mit dog den du und isabel den du und es muss dann einfach nur so getimt sein dass der hier gerade nicht da ist also sich auf dieses ding hier gesetzt hat jetzt sind die tats immer weiter Oh, die gucken beide dahin. Oh, fuck, der guckt auch. Na gut, dann... können wir erstmal nur die beiden. Ups. Ich habe die Tasche vergessen. Nein. Wahrscheinlich war das absolut beschissenes Timing. Ne, nur machen vorne. Hm? Wir müssen wieder warten, bis der die Runde gemacht hat. Dann können wir das machen. Ja, wir sind auch safe for a while. Es ist nur noch der hier. Okay, ja. Und dann können wir die in den genüsslichen Rohr kühlen, hier. Oh, fuck's. Jetzt sind wir sie zu schnell gemacht. Ich kann sie auch einfach vor mich hinstellen. Aber wir machen sie mit da ein. Das hat ja geklappt gerade. Das ist nur besser at time. Oh, yeah. Oh, ich habe direkt noch mal das gleiche. Und dann haben wir direkt den Kill mit Stella am Start, hier. Stella? Isabella. Stella. Stella? The fuck? Was ist das? Wann geht der Pornschel auch hin? Okay. Das geht doch nicht hin. Geht schon. So. Ja, ich bin bereit. Und da rein. So. Baum gecleared. Wir können die beiden sich hier in Munition besorgen. Okay. Dann haben wir jetzt die drei. Und den hier. Der hat uns, glaube ich, gerade gesehen. Ja, der kommt hier langmarschiert. Den haben wir auch noch. Der guckt aber nicht so weit. Das ist ein normaler Gunman. Den könnten wir hier hinlocken. Ist das beide Sponjos? Nee. Hier zum Beispiel, wenn ich hier die Tasche hinpacke. Aber hier ist auch noch die Gunwoman. Gunwoman. Nice. Die würde sich anlocken lassen. Die sind egal. Kann ich eigentlich mit Isabelle auch diese Pferde antatschen? Ja. Was passiert dann? Was bedeutet das? Kann ich das Pferd angreifen? Warte mal. Erst mal. Save. Damit wir das so gängig machen können. Ich würde das Pferd gar nicht killen. Nein, geht auch gar nicht. Was passiert, wenn ich das mache? Ach, dann tritt das Pferd. Okay. Okay. Gut, genau. Sure. Eine sehr umständliche Münze. Könnte eventuell irgendeinem anderen Spot relevant sein. Hier nicht unbedingt. Aber eventuell, hier sind ja ein paar Pferde auf der Map. Bevor wir Cooper wieder am Start haben. So, ich versuche halbwegs nicht so ganz monotone Kills zu machen, weil wir können die jetzt einfach auch mit so einem Rumgepfeife hier raus locken. Wenn er hier zum Beispiel gerade sitzt, einfach hier in den Busch reinlocken und dann fällt er aber auch direkt um und ist weg. Boom. Fertig. Und ich habe das Gefühl, das ist auch gar keine schlechte Idee. Mal so machen. Was habe ich denn nur gemacht? Uh. Mit Cs. Ist das gleich wie das? Ah ja, okay. Ich will die drücken. Okay. So. Oh, der hat es gesehen. Irgendwann lasse ich mir Zeit mir sowas. Was ist denn das von so abplanen, dass der Typ das nicht mitkommt? Theoretisch. Was sieht der alles? Und wie hier außen rum, ja, ne? Mhm. Ah, der ist noch im Wickeln. Ja, das... Den zu involvieren in Multikill wird tricky, weil der von dem gesehen wird. Den könnten wir jetzt mittlerweile snipen übrigens. Der wird von... Wem wird der gesehen? Von dem doch um die Ecke. What the fuck? Nee, warte. Ich bin gar nicht auf dem drauf. Den aber nicht. Der wird wahrscheinlich nur von ihm gesehen, wenn er jetzt zurückgeht, oder? Oder überhaupt von irgendjemandem? Eventuell wird er auch gar nicht gesehen. Er gruntet wieder. Ähm, okay. Dann könnten wir... Dann könnten wir... Das welche, da ist welche, da ist welche. Die müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt so krass horten. Dann können wir ihn hier wegsnippelig snippen. Ist ja cool, wenn wir irgendwie... Aha, das funktioniert nicht. Ah, eventuell... Ist ja okay, die ganze Zeit in Vision Range. Ich überlege, ob wir von ihm eine Falle hinlegen können, um dann mit einer Connection und einer Connection und einem Kill quasi alle vier, gar nicht wahr, alle fünf auszuschalten. Hier könnten wir eine Falle hinlegen. an den Spot da. Machen wir. Wir wollen die Multikills. Seht der Typ den Spot? Nicht so wirklich. Oh, was mit ihm hier? Okay, dem ist das egal. So. Aha, aha. Hier auf die Silke. In diesen Todesbereich hier. Und zwar da. Ich save mal erstmal vorher. Ja, I got it. Weil dann jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber ich glaube, das wird halt leider... Machen wir nochmal rückgängig, weil wir müssen, glaube ich, vorher erstmal das Setup... Fertig machen. Wir wollen dann ihn hier hinten. Dann können wir nochmal komplett rumgehen, denn dann kloppen wir mit der Axt kaputt. Und der läuft in die Falle rein. Der wird gesnipet und der muss Isabelle... So machen. Ich glaube, ich kann mich hier aufhalten. Ja. Ich will mich hier entstellen. So. McCoy. Kommt hier hoch. Und du. Deine Aufgabe ist, die zu axten. Wenn der jetzt quasi hier durchmarschiert, das nächste Mal irgendeine Falle hin und rennen so schnell wie möglich hier rum, sodass wir das hier exekuten können, während der die Runde nochmal gemacht hat und dann in die Falle reinläuft. Und mein Mie. Oh. Fuck. Ich glaube, ich darf nur beeilen. Ich glaube, so viel Terror müssen wir gar nicht machen, deswegen hier ist ohnehin safe. So. Ich gehe irgendwie noch halbwegs alle rein in die Kamera. so. Oh nein, der geht weg. Warum ist der weggegangen? Ah ja, stimmt. Der geht weg. Okay, 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 okay. Wir müssen ein bisschen... Äh, nein, ich habe gesaved, den Idiot. Äh, das da. Stimmt, der bewegt sich, ja. Äh, dann schnell, Isabelle. Und das, das ist, äh, wow. Hä? not fucking, sonst ONE needs to go. Äh, äh, Hä? Pause machen, so. Das weg, stattdessen das. Nein, das war der falsche. So. So. Nice. Satisfying as fuck. Bisschen hektisch, aber gut genug. Da rein, Isabelle, den einsammeln. Da rein. Kannst du auch da außen rum, damit du es den collecten. Ja, das kriegen wir auch connected, weil der Typ ist ja jetzt weg. Oh mein Gott, Hector, was machst du? Are you stupid? Was passiert hier? Oh Gott. Züffle Tasten. Äh, ich wollte auch einfach die Leute einsammeln. So. So. Hector. So. 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 Dann haben wir jetzt nur noch diese beiden hier. Das machen wir den beiden. So. Ich bin hier ins Wasser rein. Du genauso. Okay. So, dann sag mal, was ich hier machen muss mit diesem Minecart. Und wie machen wir das? Einfach so? Oh ja, okay. So, push the Minecart until you reach the main gate. Free the others. Roll up the main gate. Ähm. Ich zeige das mit. Beziehen wir nochmal 800 mal an. So, ja. Alles klar. Haben wir das gesehen? Okay. Wir sind schon fast eine Stunde in dieser Map und haben erst jetzt das Minecart. Strap in. Ich habe große Lust, hier jeden auf dieser Map zu killen, aber dann sind wir wirklich unendlich lange beschäftigt. Ich habe das Gefühl, das ist der einzige Weg, für diesen ganzen Friendlies hier befreien. Nichtsdestotrotz gehen wir diesen Weg hier links. Wir haben hier einen Longcoat. Gunman. Gunman. Nochmal Gunman. Und diesen Poncho Guy. Der scheint relativ safe killbar zu sein. Bis auf den hier. Ach, der steht gar nicht erhöht. Ja, der steht höher. Hm. Okay, wir könnten auf Superdreist hier eine Falle hinlegen. Dann den und den connecten. Und dann mit, äh, und dann ihn hier killen mit Hector. Und hier, ähm, mit, mit, mit Dog und. Isabel reinhauen. So, einfach. Hier die Falle hinlegen. Er ratscht da rein. Wir sind mit Hector Wendessen hier hochgekleidert. Spring runter. Klatsch, klatsch. Das ist der Plan. Achso. Den Wagen haben wir auch noch am Start. So. Und hoch hier. Achso, ist das gar nicht. So. Hä? Achso, ah, okay. Okay, das liegt in, man kennt sich daran, sondern daran, wie das Ding hier gedreht ist. Was willst du denn, wenn ich loslasse jetzt? Du stehst, bleibst du denn stehen, okay. Keine Physik, dass es noch irgendwie weiter rollt oder so. So. Kann er da hoch? Nee, kann er nicht. Okay, das macht es natürlich wieder schwieriger. Steht er da einfach. Wie so ein Idiot. Da kann auch nur sie hoch. Da ist ein bisschen chillen. Gut, Doc könnte auch von hier oben runter snipen auf den da. Das wäre auch möglich. Dann müssen wir nicht mit ihm da stehen. Wir müssen aber auf jeden Fall mit dieser Bell da hin. Ich denke, Doc schon mal da hin. So. Da. 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 Da war auch super speedy unterwegs hier. So. Das ist da schon hoch. Da dann. Da. 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 Ich denke, ich bin jemand anderem noch gesehen. Nee, ne? Nee. Jetzt move auf. So. Dann hoch da. Ist das ein Gunman? Ja. Okay. Dann. Du musst den Snipe. Oh. Genau. Das ist nicht egal. Ich dachte, ich wäre im Planungsmodus. Ei, 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 ei. Oh, fuck. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen besser planen, dass wir sein Pattern abwarten. Wir können sie auch hinter diesen Busch stellen. Da, hinter. Oh. Okay, es ist möglich. Wenn ich es nicht ganz so dumm mache, dann ist es möglich. Wir wissen irgendwie, was die Zeit angeht. Was? Wieso? Warum hat er mich gesehen? So. So, die Falle können wir da hinstellen. Hm? I won't go down so easily. I'm here, amigo. On my way. Looks like a job for Bianca. I'm almost ready. All set. You got it, amigo. Man. Anything else? Hm? Ach, Quatsch. Ich hab' ich mich nicht gespeichert. Der Snipe kommt natürlich zuerst. Das war dumm. Ich hab' die Connection nicht gespeichert. Ich bin wirklich... meine Hinaktivität ist, äh, Gen Zero anscheinend. Und ich kann das auch von hier aus machen, dann stehen die sich nicht so am Weg. Und ich kann das auch von hier aus machen, dann stehen die sich nicht so am Weg. Okay, dann. Ich kann das auch von hier ausmachen, äh. Oh, ich werde nicht missen. Ich kann das auch von hier ausmachen, äh. Was denn? Freichern wir mal, denn wir sind fähig zu lernen. Das ist ja noch interessant zu wissen, ob ich hier mich hinstellen kann. Ob er, der das... Ja, der sieht nichts. Okay. Müssen wir ein bisschen warten. Oh, er geht da richtig außen rum. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Warum geht er denn da lang? Okay, das ist natürlich jetzt nicht besonders easy. Das ist eine richtig dämliche Falle manövriert. Äh, warum ist das nicht geplant, dass er den killt? Warum ist denn der kill nicht geplant? Oh, er hat funktioniert, aber es war nicht ganz so buttery smooth, wie wir es eigentlich haben wollen würden, aber ist okay. Okay. Ich kann schon mal neue Munition besorgen. Oh. Ab ins Wasser mit den beiden. So. Ja, da kann man sogar rüber springen. Cool. Gut zu wissen. So. Rein hier ins Wasser. Okay. Das war ein bisschen konfus. Achso, ich will hier mit Heckler noch Munition sammeln. Oh, das ist nice. Ist nice. So. Und den Card weiter schieben. Jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt ergibt das auch Sinn, dass diese Teile da sind, weil dann können wir das Ding hier einfach mal umstellen. Und nicht hier in die, keine Ahnung, random ass Scheune reinfahren. So. Und weiter geht's. Oh. Wie sieht das hier aus? Sieht irgendjemand diesen Spot hier? Oh. I see Smash of Eternity. Aber sieht man ja diese Munition? Sieht relativ clear aus. Er hier wahrscheinlich gleich. Und der wird von dem gesehen. Aber an sich kann ich mir die Munition holen. Ich brauche sie jetzt gerade nicht. Aber da kommen wir relativ smooth dran. Reicht erstmal? Bis da. So, jetzt juhu. Wir können hier außen rumsteigen. Und wir sind schon gesettet, wie es sein soll. Das machen wir einfach wieder mit Isabel. Geil. Aber wir können hier auch schon losmarschieren. Don't mind me. Das war nicht so schlau. Aber schlau ist auch nicht unser Ding. So, wir müssen warten, bis die hier abgehauen sind. Damit wir hier runter marschieren können. Da die Leide hoch. Und dann... Äh... Disney Jawride Action. Wir müssen jetzt beziehen hier. Ah ja. Stein. Das wäre natürlich im Idealfall auch wieder ein Multikill, nicht wahr? Die ist da oben erstmal safe. Wir haben hier noch... Die drei gehen dann kaputt. Den hier und den hier. Und was macht er hier? Bewegt er sich? Nee. Guck ich... Wie weit guckt er? Äh... Weit genug, dass er den Kill auf dem hier sehen würde. Heißt das, wir haben nicht so richtig viele Optionen, den hier mitzunehmen im Multikill. Genauso wenig Mountainphill. Hi, Mountainphill. Ich weiß nicht, dass manche davon einen Namen haben. Manche nicht. Ähm. Den hier haben wir auch noch. Das wäre den, ne? Ja. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal den Shit hier machen. Das sich, glaube ich, nicht so richtig mit einem Multikill verbinden. Weil hier zu viele Augen... rumglotzen. Wird der gesehen? Nee, den könnten wir uns snacken zwischendurch. Den könnten wir mit... McCoy zwischendurch einmal... wegnatzen hier. Wenn der gerade nicht mehr guckt, weil er weggemarschiert ist, dann stappen wir uns den hier. Dann haben wir es schon mal ein bisschen cleaner hier. Und fling this bitch. Schön, nochmal die Glatze exposen. Und rein da. Nice. Dann haben wir immer noch die drei hier. Und den patrouilliert auch keiner. Ist das alles Ponchos? Nee, das ist ein Gunman. Poncho. Und das ist wohl auch ein Poncho. Naja, der sieht schon so aus. Wir könnten noch einen connecten mit Isabelle. Zum Beispiel den da, weil der am meisten beobachtet wird von allen. Könnten wir noch den und den zum Beispiel connecten. dass der mit drauf geht. Und dann können wir den hier von Hector klatschen lassen und den von McCoy vergiften. Das ist glaube ich gar nicht so schlau, darauf zu gehen. Alles für die Multi-Kills. Alles für die Multi-Kills. Das ist schwierig, an den jetzt ranzukommen. Das ist ja ganz easy, an den ranzukommen. Das ist ja ganz easy, an den ranzukommen. Das ist ja ganz easy, an den ranzukommen. Das ist ja sehr wichtig. Das ist ja ganz easy, an den ranzukommen. lang gehen. Wenn die gerade hier so hochmarschieren, dann könnten wir hier schnell reinmarschieren, zick zack. Ja, und ihm das Ding reindrücken. Jetzt guckt er ein bisschen höher. Ja. Das ist auch smooth. Okay. Wenn die hier sich gleich hinstellen und dann dahin marschieren und auf irgendeinem Grund diese Wand angucken, dann jumpen wir hier runter, hauen ihm den Pfeil rein und lädt er wieder hoch. Okay, das war zu doll am Rand. Ich habe schon wieder nicht gespeichert. Wo sind wir? Da oben. Ja, er ist diein' from me. Oh fuck. Womit hat er mich gerade geschlagen? Jetzt kam er wie so ein Spaten. Ah ja, er hat ja sogar einen Spaten am Start. Hat er erst mal Spaten gedrückt. Sure. Wahrscheinlich ein bisschen länger warten, bis die hier wirklich an der Wand stehen. Nice. Ultimative Sneak Mode. Und hoch da. Mit Sneak meine ich gerade so rechtzeitig in den richtigen Zeiten Dinge tun. Okay. Dann deine Aufgabe, Justin. Wir saven einmal. Dann haben wir Hecklo. Wo ist Hecklo? Achso, ich muss das wagen. Am anderen Ende der Welt. Ah, er kann ja gar nicht ins Wasser rein. Da muss Isabelle... Ne, gar nicht wahr. Kann sie ja gar nicht. Ähm. Na doch, würde gehen. Jetzt wieder ein bisschen rumgeschiffti hier. Aber dann müssen wir mit... Quatsch. Ne. Nur Isabelle kann hier hoch und diesen Kill machen. Dann müssen wir den snipen. Bisschen doof, aber... E.B. Oder B. Das wird ein bisschen schwer, den Einzelne sammeln. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil wir haben jetzt auch nicht so ewig Zeit, bis die beiden Homies da fertig sind. Stehen die eigentlich? Sind das diejenigen, die hier unter dem Ding lang marschieren? Und noch viel interessanter. Wird der von irgendjemandem gesehen? Ich glaube, wenn der hier oben ist, dann können wir ihn nämlich abstechen. Können dann die Steine auf die beiden runterwerfen. Jawohl. Dann haben wir nämlich den Shit hier hinten frei. Okay. Das ist ein Schwerzeugkennies. So, jetzt aber. Wirst du meinen an der leften Seite. Schlecht geht heim. Hm. Aber kann ich nicht... Theoretisch müsste ich es so machen können. Wenn der bis hier hinten guckt, müsste ich eigentlich so machen können, ihn dann kaputt machen, weil er dann hier runterklettert, das Ding... Also das Ding sieht, hier runterklettert und sich das dann snackt. Dann kann ich hier hoch die beiden mit dem Stein kaputt hauen. Das ist ja kein Pawnscher. Das ist ein Gunman. Der müsste das jetzt sehen, weil gerade eben hat er mich ja auch gesehen. Zack. Sure. Lass die ihn durch. Lass die ihn durch. Zack. Dann lassen wir gleich den Stein auf die beiden fallen, dann sind die auch kein Problem mehr, wenn es gleich darum geht, diese Dudes hier einzusammeln. Und Theoretisch können wir uns dann sogar an den Hierranzen liegen. Müssen wir mal gar nicht snipen. Ja. So. Glaub ich den Typen hier abwarten? Nee, wir können sogar den Double-Action-Kill hier machen. Dann ist es nur noch der hier. Fuck. Der wird es aber merken. Also nicht nur der ist, die beiden hier. Aber theoretisch wäre das möglich. Aber wahrscheinlich sind die gar nicht zur selben Zeit da. Das wäre natürlich mega cool. Ja, nee, 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 sind sie nicht. Gehen wir da wieder drunter lang? Ja. Oh nein, ich hab noch einen erwischt. Boah. Der Kohl braucht zu lange für den Stein. Oh ja. Here we go. So. Es ist nur noch der, also die beiden, die bis hier hinten glotzen haben, wenn ich mich jetzt hier so hinstelle. Mhm. Don't mind me. Komm ich hier irgendwie besser rau? Hm. Tricky, wenn der jetzt hier noch so am rum düdlen ist. Ja, ich hab's. Ja, und da. Wie weit können wir mit Doc gehen hier an den Typen ran? Weil der sieht nur bis hier. Weil wenn mir das die Gründe gefallen haben, der hier drauf geht, dann wird der sich schon denken, oh, what the hell? Und dann können wir ihn, glaube ich, abmurksen. Nee, mit Doc können wir aber auch nicht weitergehen. Dann machen wir jetzt mal so. Hm. Saven. Das ist T. Äh. Doc kommt nicht durch. Okay. Ist aber auch halb so wild. Wir können eigentlich auch mit ihm außen rumgehen. Ist er jetzt, hängt er hier fest. Okay, 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 okay. Stupid. Und wie weit der gleich glotzt. Oh, da stehen wir schon ganz gut. Da können wir noch. I see. Und mit Doc. So, theoretisch müsste das klappen. Ich bin nicht ganz sicher. Weil eigentlich können wir sogar alles gleichzeitig ablaufen lassen. Das ist ja ein Moment, wo man weiter rauszoomen müsste. Wow, das hat aber lange dauert. Ab da her. müssen wir doch ein bisschen früher den Minecart fahren müssen. So. Nice. 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 nehmen den längsten weg so dann sind wir jetzt hier jetzt sind wir so langsam also hinter diesem tor hier geht das nächste gebiet auf jetzt haben wir noch hier diese ecke am start wir haben hier noch diesen environmental ist glaube ich auch der einzige weitere gott der wird drei leute bei drauf gehen wahrscheinlich schon cool aber es erfordert eine menge rumgelaufen wir geben uns das mal noch auf wir müssen jetzt nicht jedes kleine mini achievement hier machen das ist auch schon richtig eingestellt warum bist du jetzt schon gegangen so dann haben wir den sport hier ich gehe davon aus dass diesen civilians hier oder in friendly ist scheißegal ist wenn man Leute killen bzw die sich eher darüber freuen wir haben hier diesen gang was steht hier du mit doppel o not enter okay environmental kill wäre schon cool hier auf den typen ansonsten mit dem typen mehr der den ganzen shit hier anguckt diesen poncho guy hmm spielt er die gitarre what the hell domlin the bass cool und wie wird er gesehen und im long code und von ihm da und von ihm hier drüben auch ja also wir könnten mit allen hier hoch und hier rum marschieren aber hier wird ein multi kill ein bisschen tricky wie viele sind da drin acht leute schon guckt er da auch einen in die bude nur so halb der ließe sich neben die snipen hier oder auch nicht weil der hier auch noch im start ist okay dann lassen wir den spot kümmern uns weiter um die main mission heißt wir müssen hier durch das bedeutet wir müssen den 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 und den irgendwie ausschalten und den ja wovon wird er gesehen nur von ihm dass du weg wie ein snipe charakter weil der am weitesten weg ist und kein straighten zugang hat wirklich ja ja der muss gesnipet werden das bedeutet doch du kannst schon mal hier hin so das reicht schon aus ne ne aus irgendeinem grund nicht warum nicht jetzt ok ok dann aber die beiden hier der könnte von oben gekehlt werden der könnte connected werden mit jemandem der ist auch risky hier muss alles so gemacht werden dass der hier gerade nicht rein ruhig also wenn die beiden hier hinten sind muss der drauf gehen das heißt der sollte connected werden dass wir da nicht durch müssen ja da steht auch so dass er nicht gesehen wird und der wird auch nicht gesehen hat ne ok die beiden sind relativ safe das ist der snipe den kriegen wir aber nicht connected so dass wir mit dem snipe mal jemanden killen würden das gehen wir glaube ich nicht hin ne ne da kommen wir nicht ran der geht dann halt einfach so drauf wow wir hätten die shotgun für das hier wir hier mit der shotgun rein holzen dann den zum beispiel connecten mit einem von denen die wir mit der shotgun killen und dann den einfach abstechen von hinten das so beinhaltet die sabbe so 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 das hier besser rüber? Nein. Das können wir von hier raus machen. Ich kann auch aber den hier nehmen. So. Und dann kann Hector hier hin. Mit dir können wir schon mal den Snipe Auf einmal sicher gehen, dass der von keinem gesehen wird, aber ich meine, der ist relativ safe. Eventuell von diesem Longfoot, aber ich glaube, der ist genau an der Ecke der Steady Nies. Ja, sehr gut. So. Dann Isabel. Ich schlitz den Typen auch. Und Hector. Oh, fuck. Äh, Kamera. Wo ist Isabel? Da. Mal gucken, wie weit er hier guckt. Weil hier sind wir mit dem, ist auf jeden Fall safe. Also gefühlt können wir uns auch mit Isabel einfach hier hinstellen. Da dürfte der die nicht sehen. Okay. Der guckt aber in einem Riesenwinkel. Ja. 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 Und er kann dann aus der anderen Richtung ja den Schotterhof planen. Äh, Isabel. Der Snipe ist schon geplant. Und. So. Nice. Get shit on. Muss halt wissen. Speed machen. Okay, man kann die wirklich befreien. Ja, okay. Jetzt, jetzt müssen wir. Wir müssen die befreien. Jetzt ist es keine Frage mehr. Wenn hier so eine richtige Aktion draus wird, dass sie sich bewegen, dann müssen wir sie wegbringen. Jetzt glaube ich, ich sehe nicht noch so ganz sicher, was er machen soll. Äh, haben wir hier noch mehr Friendlies? Ja, hier. Oh Gott. Eieiei. Der ist da richtig scheiße passiert. Schön mittendrinne. Ähm, aber das macht sowas. Muss hundertprozentig eine Aufgabe sein, dass man alle Friendlies hier befreit. Das beinhaltet hier aber nochmal richtig reinmarschieren. Aber das heißt auch, dass wir diesen Environmental Peel mit den drei Doots hier machen können. Ich gehe davon aus, dass die alle drei sterben an dem Teil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.